Dann gehen wir doch mal hier runter. Mal nach. Alle anderen sind auch aufgeladen. War überhaupt hier... Nee. Gut. Warte. Hab gedacht jetzt mit Edda das auch nochmal zu machen. Oh gut. So viel Spaß krieg ich dann doch nicht. War aber ein Versuch wert. Mal ganz ehrlich, ich bin eine Lady, ja? Ich rieche fantastisch nach lieblichen Blumen. So. Achso. Kennst du ihr Auge schon? Ja, das ist ein computer Auge. Voll geil. Schade, leuchtet so nicht. Ob ich es hinkriege mit dem Leuchten? Müssen von Mendes sein. Da, 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 da. Voll krass aus, ne? Voll cool. Ja, könnte man sagen, Seven, ja? Oh. Du wirst mich sehen, ne? Ja, du wirst mich sehen. Zu Hilfe! Zu Hilfe! Oh, komm her. Ja. 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 Oh, das war cool. Arschloch, lass mich durch. Oh, war eh wieder. Oh, cool. Ich hab die Jacke gewonnen. Es ist klar für Jana, schön, dass du da warst. Oh, die Ratte. Oh, die wissen doch, dass... Aha. Und? Aha. No, ne Ratte. Oh, Rengenpfeile. Mmh, Armbrust. Och, ne, krieg ich nicht mehr rein. Erstmal das benutzen, dann ist wenigstens alles voll. Moment. Äh, die Armbrust möchte ich schon gerne mal mitnehmen. Ähm. Äh, ne, 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 ne. Mmh. Wie viele Sluts hat sie? Äh. 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 X, B oder Wände? Mmh. Nannannannannannannannannannannann. Mit Munition könnte ich ruhig mal machen. Mmh. Hm. Drei, vier, fünf. Äh. Äh. Egal wie ich es machen werde. Auch wenn, weil es jetzt ein Über ist. So nicht hinkriegen. Oh, wenn ich noch hier durch, dann kann ich doch nochmal. Ändergegen. Wie macht es mir so schwer? Oh, nur das Beste vom Besten. Ähm. 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 Äh, bin ich eigentlich verstorben? Oh, kann ich noch niemals verstorben. Das ist hart. Ähm. 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 Dann verstorben wir dich erst mal kurz. Bis wir dann auch die Dings getestet haben. Jetzt bin ich definitiv voll. Das sind Brumm-Brumm-Pfeile, ne? Nicht vergessen. Brumm-Brumm-Pfeile. Gucke ich nochmal kurz nach wegen der Erweiterung. Ich hätte da jetzt nicht drauf geachtet bei ihm beim Kaufen. Wenn es eine weitere Erweiterung gibt. Oh, was kann ich dir unterstellen? Weitere Erweiterung. Das ist auch schon wieder. Deine Kohle. Hey, hey. Sicher, dass du das nicht bereust. Deck dich lieber ein. Nervt mich nicht. Werd schon überleben. Glaub ich bis jetzt in jedem Game. Brüse dich Eis. Wie geht's dir, Burdi? Schön, dass du eingeschaltet hast. Hier muss es sein. Oh nein. Hörst du auf. Verdammt. Wir sind wirklich ich so eine komische Pissbacke am Arsch, ey. Äh, wie kann ich das mit dir? Ja, ja. Ja, Luis hat mitgeholfen. Auf eine gewisse Art und Weise. Die sind von Luis. Ich finde dieses Ding geil. Bin hier im Auge. Soweit gut? Sehr schön, freut mich. Ich kann mich nicht beschweren, außerhalb von Zahnarzt. Aber ansonsten alles gut. Telefonnummer. Kryptische Zahlenfolge. 4, 2, 2, 1, 6, 2, 5. Ist das deine Frequenz? Keine Ahnung. Ey, das blaue Auge ist weg. Ah. Da ist ein großes Haus, etwas abgelegen, hinter der Windmühle. Weißt du wo? Ja, sagt mir was. Dann komm zu mir. Ich warte so lang. Nebenbei noch schnell was getrunken. Und da habe ich was liegen lassen. Voll ey, ich muss mich entleeren. So, Luis, kann noch etwas dauern. Gefällt mir. Ich habe es nicht verletzt. Ich habe es nicht verletzt. Ich habe es nicht verletzt. Ich habe es nicht verletzt, sondern als Tümer. nie aus kopfschmerzen reagier mal ich reagiere ich hier auch noch laserface ne dich bringe ich so hin wo alle die beine halten was aus hier sieht es auch krass aus ja jetzt ist sie auch gerade tot da kann sie eben nicht mehr nachschritten aber wieso habt ihr so viel schnee mann ich finde das voll gemein neäh hm 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 hmana hier das gespräch nicht überspringen haha So einfach. Na, wir wollen uns nicht verwandeln, hört sich nicht. Ja, komm mit da, Quittensäge. Voll in die Eier geschossen. Zwei in den Hintern. Du bist ganz schön. Ich habe so das dumpfe Gefühl, da will ich sterben. WTF, der hat drei Springpfeile und vier Granaten überlebt. Oh, ich kann zurück, warte mal. Da liegt noch Loot. Ich habe jetzt wieder Platz. Du, 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 du. Ah. Eingesammelt. Ich will wieder so ein bisschen was looten, das finde ich gut. Das Problem ist, wir haben ja gesehen, dass nicht nur Kettensägenmann da ist, sondern auch noch Kettensägenfrau. Oh. Oh. Eingesammelt. Oh, die macht laserfestig wie ne Motivkonkurrenz. Wuuu. das gleiche marsch nicht schön wieso müsst ihr eigentlich immer so häufig wieder aufstehen man hat mich unendlich munition ich bin ja voll auf den pisser ein typ so viel an granaten fressen und wuppet sie am fressen meine güte noch eins das stimmt ja das schloss ja 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 das heißt ich wohne in der falschen gegend entscheid bloß nicht schlechter tag was verschafft mir die er hör auf meine zeit zu verschwenden finde luis bring mir den bernstein unerwartet fürsorglich von dir bleib doch noch und hilf mir ich bin nicht ein aufpasser und ich bezahle dich nicht dafür mir zur last zu fallen ich habe keine verwendung für inkompetenz soll das eine drohung sein mach deinen job ich melde mich ich warte schon eine ewigkeit du kommst ja tut mir leid ich wurde aufgehalten bin auf dem weg gesundheit mein schatz noch da oben muss ich da bin ich ich muss noch mal zurück er ist noch gut jetzt habe ich eigentlich gar nicht so lange haben wollte guck mal grün in blauen gibt es davon nicht es ist egal welchen wir reinsetzen dann setzen wir mal den rein das bringt auch schon mal wieder ein bisschen asche wer von euch hat schon wieder die stromrechnung nicht bezahlt wenn die mir sowas antun ich da überhaupt noch mal hin es war so das ist nass Was muss das jetzt sein? Boah, also wenn sie schießt, zögert sie aber ganz schön. Wow, die halten aber einiges aus. Gute Lady. Ohne Sonne produziert die PV-Anlage halt kein Strom. Achso, achso. Okay. Die Bunkerung ab. Ja, nee, ist klar, Alizea. Man sieht's ja. Auf mir zu kriegen? Oh, Ada. Was zu tun mit dir? Luis, die Goodbye ist gonna have to wait. So, wie varit's und da wird? Was ist gut?